So, von mir auch kommen wir. Jo. Dann fang mal an. Oh, 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 das Boot geschossen, wird geschossen. Wie, wird geschossen? Ja, von links hat einer geschossen. Guck mich mal. Mal aufnehmen an. Ist schon längst an. Ach so. Hallo und willkommen zurück zu Daisy. Da rennt die, da rennt die. Wo? Ich seh nix. Links von uns. Dieser Siedlung geht ja grad unten die Straße lang. Zwei Stück sind da. Okay. Ich seh nicht, ich hab nur Bäume voll. Die kommen jetzt zu uns so gesehen. Also die Straße jetzt bei uns entlang. Leg mich mal weiter im Busch rein, damit ich mich nicht sehen. Siehst du die jetzt? Nein. Immer noch nicht. Die sind genau vor uns jetzt. Auf der Straße. Ja, ich seh sie. Ich schieße. Schieße. Schieße jetzt echt? Ja. Der hat auf uns geballert. Ja, schieße. Der hat auf uns geballert. Der einen hast du nicht getroffen. Ganz knapp aber nur. Hast du ihn? Ich weiß nicht. Ich guck durch Bäume durch. Nein, er läuft nur. Haben. Okay. Da war aber noch einer gewesen. Das war jetzt definitiver Headshot, ja. So, da waren wir noch. Ich muss nachladen. Ja. Da waren aber zwei Spieler. Ich guck mal wo der andere ist. So fängt der Folge doch gut an. Bisschen stürmisch heute. Ja. Der zweite Spieler sehe ich nicht mehr. Ich auch nicht. Aber ich wette, dass er irgendwie in dem Block sitzt. Meinst du? Mhm. Das war jetzt ein bisschen auffällig. Pam, Pam. Die haben da einfach rumgeschossen. Das waren zwei. Aber der eine Typ hatte gar keine Empfehlung gehabt. Ich frage mich, wo der da geschossen hat. Weil es waren zwei M4 Schüsse. Äh, es waren M4 Schüsse ganz viele. Und die kamen aus der Richtung und dann waren die zwei Spieler da. Vielleicht war ja noch einer. Vielleicht haben die sich gegenseitig geschossen. Aber es waren noch welche da. Sie halt, ich guck genau durch die Baumkrone durch. Ich hab jetzt durch Blätter geschossen. Ich würde gerne hingehen und gucken, was er hat. Mach das doch. Ich hab Angst, dass ich mich abkleine. Ja, warte. Dann wechsle ich gerade die Position, damit ich das ein bisschen besser einsehen kann. Okay. Gehe ich den Berg ein bisschen hoch. Oh ja. So, scheiße, so. Hm. Ich weiß nicht. Könnte es theoretisch. Ja? Ja, ich sehe zwar nicht so viel, aber... Wo ist denn die Leiche von dem Typen? Direkt. Ach, da. Geradeaus vor dem Ding. Aber der hat eigentlich... Der sieht so aus, aber nicht großartig, was er hat. Wenn in meiner Umgebung geballert wird, ist jeder mein Freund. Ist mir scheißegal. Ach, was so. Geh langsam vor. Hm. Ich bin dorstig, halt small jetzt. Boah. Angst, dass der andere Typ hier noch irgendwo steht und wartet, weil... Sie sahen beide nicht aus, als wenn sie eine M4 hatten, aber trotzdem hat jemand mit einer M4 geschossen. Das heißt, es muss ja hier irgendwo jemand sein. Mhm. Ich sehe aber auch niemanden, der sich irgendwie nähert oder so. Weder von rechts noch von links. Soll ich jetzt reingucken? Mhm. Oh, eine Pistole. Weißene Koffer. Mhm. Siehste, eine Pistole hatte ich ja nicht mehr. Kommt ja ganz gut. Weiß doch, mich krampelt! Mama! Ja, ich beeil mich. Ja, das wär nett. Ah, fuck, mein ganzes Zeug ist voll. Kann nix mal aufnehmen. Dann wollte ich gerne mal gucken, was er noch hatte und so. Ja, kann man nix machen. Ja, steht auch ganz auf, ist er bescheuert. Alles klar. Bist du wieder vom Rückweg? Mhm. Ach, hier bist du. Kommt ein Zombie. Hallo? Hallo? Weiß nicht, hab ich nicht auf jeden Fall gehört. Okay. Geh mal wieder zurück auf meinen Turm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob er nicht die Folge anfangen lassen soll. Frag mal gleich, wie du ihn angemacht hast. Falls ihr euch fragt, wer der andere im TS ist, das ist der Dark Ole, der ist jetzt gerade, wo bist du jetzt? Auf dem Weg nach Elektro, vom Kamishobo aus. Ja, deswegen. Nö. 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 Okay, es funktioniert. Piauuu! Wie, wen hat sich das angehört? Aha. Okay. Oder funktioniert schon mal? Wie viel Meter sind es ungefähr weg? Mh, ne. Warte, kann ich hier genau sagen. 300 Meter auf jeden Fall. Fünf. Ja, 400 müssten das sein. Da liegt eine Leiche oben auf dem... Ne, ist das eine Leiche? Auf welchem Dach? Am linken Dach. Oder ist das so ein komische Trauer, wenn man auch oben guckt? Nö, auf dem linken Dach ist keine Leiche. Das ist ja bloß eine komische Trauer. Du läufst hier rum, ne? Naja. So, ich schmeiß mal das Ding hier weg. Komische Visier brauche ich ja eh nicht. Ich würde ja gerne auf das Dach da hinten. Welches Dach? Ja, vom Sixpack. Ja? Ja, lass uns da hin. Da würde ich gerne drauf. Da kann ich nämlich ganz Tschernow beobachten. Na, aber die können auch dich sehen. Nee. Ich hab da eine gute Stelle, da hab ich in der Mod auch immer gechillt. Na, kann ja. Komm. Habst du ne Pistole? Ja, ne? Ja. So, dann bringt die sie. Totemarkampf hier. Ich würde sagen, hier rennen wir rüber. Luken bringt er auch, ne? Steht sie in uns oder so. Ja, stimmt. Ich scheiß halt, das, guck mal, das Gras, ähm, ist halt nicht unendlich weit. Ja, das ist dann einfach weg. Wenn du dich hinlegst, zum Beispiel, um dich zu tarnen, bringt das gar nichts. Hm. Nicht voll schade. Ja, das stimmt. Es ist halt nur, wenn er ein bisschen näher ist. Ah, sprich mit dem Rucksack. War ein Schuss von rechts. Okay. Von rechts. Mosin, ja. Okay. Aber es scheint ein schlechter Schuss zu sein, der hat nicht mal anleitungsweise getroffen. Auf uns auf jeden Fall. Ja, ich habe einen Schuss gehört von der Mosin. Wenn der auf uns war, der war ja richtig schlecht und hat nicht getroffen. Da war gerade noch einer. Weiß ich nicht, habe ich nicht gehört. Ich konnte jetzt wegen dem Laufgeräusch nicht, nicht. Ja, war noch einer. Wir sind aber nicht auf uns. Oder er will es halt wirklich wissen. Das ist viel Geräusche. Ja, da bist du. Ja, da bin ich. Warum auch immer. Da kam ich schon wo laufen. Drei Leute voll equipt rum. Geil. Da muss ich durch. Ja, da bist du schon, da kam ich schon wo gewesen. Oh man, sind die vier Zombies. Mhm. Ich habe gerade meine Axt raus. Ich habe hier gerade relativ wenig FPS, deswegen... Ja, muss ich aber auch sagen, dass ich gerade ein bisschen wenig habe. Du bist erst auf der Straße, ne? Weil sie schlauft den Berg jetzt hoch. Hier lang, ne? Wo bist du jetzt genau gegangen? Ach da. Zombie von vorne und von rechts von der Straße. Komm, komm, komm. Schlipp doch jetzt. So. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste hier die Leiter sein. Okay, mich täuscht anscheinend alles. Ähm, ist sie hier daneben. Von vorne weg. Ne, Quatsch, das ist noch... Oh Gott, müssen wir noch weit laufen, scheiße. Wieso? Das ist erst da hinten, das Gebäude. Ach so. Ja, guck mal lieber eine Pistole wieder raus, scheiß auf die Zombies. Oder die M4. Pass auf, wir gucken jetzt auf hier, wo das Förderband hingeht, ne? Ja. Auf das Gebäude. Und auf 10 Uhr davon ist noch so ein Gebäude. Ach da. Ach so. Oh. Ja. Wissen wir schon mal Bescheid. Okay, ach, ich duck mich jetzt mal weiter. Ich geh jetzt mal ein bisschen gechillt da. Bock zu sterben. Wir sind jetzt, ich bin jetzt, wir sind jetzt so gut wie bei der Leiter. Oh. Wie ist jetzt direkt hier vorne? Da ist sie schon. Nice. Das ist mein Berg. Jetzt müssen wir da drei Leitern nach oben. Wenn du mit nach oben willst. Ja, dann zack zack. Bei Zombie. Hinter uns. Ach ja, dann hau mich halt wieder einmal. Oh, das hat so weh. So. So, das ist jetzt das Schwierigste gerade. Einer, bei mir bist du wieder runtergefallen. Lol. Okay. Ja, ich hab grad gelbe gepingt. Hab ich auch. Ja. Okay, aber du bist nicht tot, ja? Oh ne. Ja. Stell dir vor, du sponst jetzt mitten auf dem Läuferleiter und stirbst. Ja, das ist jetzt uncool. Aber... Ist wieder weg. Ist wieder weg. Lol. Ja, ich bin grad runtergegangen. Hab wieder gelbe gepingt. Na gut, dann geh ich jetzt auch trotzdem auf eine andere Seite. Jetzt ist wieder weg. Haha. Ich warte jetzt. Ich fiege einfach auf einen besseren Server. Ja, ich hab keinen Bock, offiziell auf der Leiter zu sterben. Naja, das Ding. Warte. Guck erstmal. Ich geh jetzt mal hier rauf. Ich hoffe, dass ich nicht gleich tot bin, weil ich mitten in einem Scherner sporen, Alter. Dreckserver. Verdammt! Was denn? Ja, das kotzt mich jetzt an, dass ich jetzt nicht in einem hochklettern konnte. Aber jetzt bin ich wieder beim anderen Gebäude. Ernsthaft? Ja. Ja. Ja, warte, ich guck mal, wie ich spawne. Oh, ich hab hier auch roten... Achso, das ist halt am Anfang, so. Oh Gott, ich stehe auf dem Boden. Ja, ich bin jetzt hier in dieser einen Kuhle. Ich lauf direkt zur Leiter. Ah ja, ich seh dich. Wenn du das da bist. Haha. Siehst du mich? Ja, hinter dir. Achso, ja. Best für dich kommt ein Zombie. Oder links. Oh, ich bin jetzt. Der rote Ping, ey. Leg mich doch am Arsch. Ah, hier ist es bei mir weg. So, ab nach oben, du. Mhm. Lol. Bei mir machst du grad die Lauf-Augen jemals so ein Unkleider-Server nach oben. Hahaha. Seid ihr eigentlich auf einen anderen Server jetzt gegangen, oder ist das selbe? Ne, es ist ein anderer Server jetzt. Ah, ok. Na, kannst du ja erstmal nach Elektro rennen. Äh, nach Shenor rennen und dann auf den Server kommen. Ne, ich bin ja, bin quasi euch hinterher gekommen, nur dann brauche ich ja, dann sind die drei in der scheiß Stadt nicht mehr da bestimmt. Bist du auch am Hochklettern? Ja. Leiter, du machst halt so Zwischens-Stops und dann musst du die Leiter anscrollen und dann einen kleinen Leiter abnehmen. Echt? Ja, ja. Weil du halt entweder nach oben oder nach unten klettern kannst. Ah, ich muss ja weit nach oben, ne? Mhm, nach ganz oben einfach. Uh. Du kannst ruhig auf dem Loch der Leiter stehen bleiben, da passiert nichts. Ok. Oh, Mann. Aber wenn du von hier oben runterfällst, dann ist es vorbei. Ja, Mann, deswegen. Egal, wo du runterfällst, ist es bei dir nicht vorbei. Ja, ok, das stimmt. So. Das ist meine Lieblings-Sniper-Pack.